Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich in die Innenstadt? Gehen Sie durch den kleinen Torbogen am Ende der Straße. Gehen Sie durch den kleinen Torbogen am Ende der Straße. Gehen Sie durch die Gasse. Gehen Sie durch die Gasse. Solda küçük bir butikhotel bulunur. Links befindet sich ein kleines butikhotel. Links befindet sich ein kleines butikhotel. Nehmen Sie die Treppen am Ende der Straße. Nehmen Sie die Treppen am Ende der Straße. Nehmen Sie die Treppen am Ende der Straße. Wenden Sie sich am Ende der Straße nicht nach rechts, sondern nach links. Soldaki yoldan aşağıya doğru innen. Gehen Sie die Straße links hinunter. Gehen Sie die Straße links hinunter. Gehen Sie die Straße links hinunter. Seinen Sie nicht überrascht, wenn Sie plötzlich das Meer zu sehen bekommen. Buhrenn Gehen Sie durch den Garten des Weißen Gebäudes. 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 Ağaçlı yoldan yürüyün. Gehen Sie durch die Allee. Gehen Sie durch die Allee. Gehen Sie durch den Garten des Weißen Gebäudes. Gehen Sie mit roten Ziegeln vorbei und dann weiter geradeaus. Gehen Sie an dem Haus mit roten Ziegeln vorbei und dann weiter geradeaus. Gehen Sie auf der Straße mit dem Kopfsteinpflaster geradeaus weiter. Gehen Sie auf der Straße mit dem Kopfsteinpflaster geradeaus weiter. Gehen Sie auf der Straße mit dem Kopfsteinpflaster. Gehen Sie auf der Straße mit dem Kopfsteinpflaster. Gehen Sie auf der Straße mit dem Kopfsteinpflaster. Gehen Sie an die Hauptstrasse. Untertitelung des ZDF, 2020 Das historische Schloss im Stadtzentrum ist sehenswert. Das historische Schloss im Stadtzentrum ist sehenswert. Gehen Sie an dem großen historischen Gebäude weiter geradeaus. Gehen Sie an dem großen historischen Gebäude weiter geradeaus. Saray'in Aulus'nde kahve içebilirsiniz. Im Innenhof des Schlosses kann man Kaffee trinken. Im Innenhof des Schlosses kann man Kaffee trinken. Buradadim nenebilirsiniz. Man kann sich hier ausruhen. 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 Welchen Weg werden wir auf dem Rückweg nehmen? Welchen Weg werden wir auf dem Rückweg nehmen? Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal!